Wenn du die Aufgabe erfüllst, kriegst du 100 Euro von mir. Diese 100 Euro hier, die bekommst du, wenn du dir jetzt zu Mama und zu Papa gehst und den beiden jeweils eine Schelle gibst. Schelle? Backpfeife. Du musst nicht übertreiben, sondern einfach nur, dass die sich denken, so, yo, was haben wir für ein Kind. Das ist nicht die Aufgabe! Ich so, gehst du! Nein, hallo, das sind meine. Du hast mich geschlagen. Das war daran schlag, ich habe sie angestuft. Was? Was? Was war denn das, bitte? Noch ein bisschen da, aber, okay. Noch ein bisschen da. Das war so. Was? Was war denn das? Das kriegst du jetzt nicht mehr. Für mich. Was für dich? Das erste Mal. Airpods, für mich. Ich geh mal ein bisschen Holz haben. Du kriegst die nicht. Welche? Wenn du so frech bist, kriegst du sie nicht. Oh, oh. Tu mir kurz mal die Axt, ne? Die wirst du gar nicht haben, die hast du schon. Was hat Mama sich hier bestellt? Airpods? Ja. Lass dir zu, dass es zu kam, dass Mama deswegen das Aufmerkend hat. Dabei fand es immer noch so teuer. Wieso hast du uns geschlagen? Du hast ein Ding, die von Gürtel sind Mama. Nimm's ruhig. Hast du dir gut verdient? Okay, Leute, also ich würde sagen, erste Aufgabe hat er schon richtig gut gemacht. Jetzt kannst du dir noch mal eine Aufgabe für mich überlegen. Oh, oh. Wo, wo, wo? Oh, oh. Hier kommt du mich rechnen, endlich. So, jetzt überleg dir was für mich. Was machst du? Okay, also Leute, die Aufgabe muss noch ein bisschen warten. So, jetzt überleg dir was, ne? Das ist doch stein, das ist egal. Ich mach die Tür auf. Was weitermachen? Komm jetzt. Okay, solange die das dann machen. Ersch, überleg dir eine Aufgabe. Da bist du. Du verdrückst mich. Perfekt, wenn wir mal. Was war denn da nebenbei? Oh mein Gott, du hast also... Oh mein Gott. So, das wollte ich jetzt nicht. Das ist mir zu viel. Esch, komm her. Esch. Schluss jetzt. Oh mein Leo, siehst du das schon. Schluss jetzt. Esch. Esch. Cut jetzt. Wir machen. Wieso? Lass es jetzt. Schluss jetzt. Ich bin im Problem. Nee. Nee, im Ernst jetzt. Ich mein es ernst. Ich hab mich auch noch. Ich bin komplett nass. Ich bin... Ich will mir doch nur 100 Euro verdienen. So, Schluss jetzt. Esch. Aufhau. Schluss jetzt. Dein Händegelände. Esch, ich will ich ne Aufgabe haben. Diese 100 Euro, wenn du von Mama und Papa well brauchst. Was? Ja. Kann ich hier machen. Doch, mach. Für 100 Euro? Ja, los. Nehmen wir die mal. Hast du noch mehr? Willst du auch eine haben, oder was? Ne, du meintest nehmen wir die mal. Hast du viele? Ja, klar. Wo? 20 Stück. Hä? Oh, ein Scherz. Was? Sind nur 11. 12, genau. Schau mal auf. Auf. Schlimmer, wenn ich das mache. Hä? Schlimmer, wenn ich das mache. Ja, okay, das stimmt. Das ist krass. Was? Komm, mir ist mir bekannt vor, der Goh. Was? Komm, mir ist mir bekannt vor? Na, was riecht das? Riecht angenehm. Ein Blue Lemon. Seit wann rauchst du denn? Wow, lecker. Irgendwie ist das hier neblig. Ist draußen Nebel irgendwie? Ja, hast du die zu Hause selber? Ja, ich meine. Ist die voll? Hast du die geklaut? Ne, ich hab die geklaut. Ich will das gar nicht sehen. Irgendwie ist das hier neblig. Esch. Immerhin macht Esch. Ah! Ah! Der hat einfach... Naja, nicht funktioniert. Das Ding ist, jetzt haben wir es bei Mama gemacht. Ey, sag mal zu Papa. Gehen wir mal direkt ans Fenster, weil der wird doch hier... Der ist hier irgendwo im Holzhack, meinte der. Ist das hier ein Kabel? Ja. Ey, Papa! Komm, lass das Wasser weg. Was ist das denn? Ist das so kalt hier? Ja, ist kalt. Warte. Das stimmt gar nicht. Das ist ja nicht kalt. Aber es ist kalt. Und bei mir nicht. Ah, jetzt sehe ich das. Was ist das denn? Zeig mal her. Ist neblig. Hier, zeig mir hier. Kannst du haben. Max raucht. Mach mal. Warte mal. Waaas? Liegt in der Familie. Du musst das Ganze irgendwo nehmen. Okay, ich gehe jetzt weiter. Hör. Was geht jetzt noch? Was? Was? Was passiert hier? Junge, er raucht. Was? Hier, nimm den Scheiß wieder. Genau. Das gehört sich nicht. Das kann direkt in die Mülltonne. Das ist, glaube ich, auch mit Zucker, ne? Ja, Zucker ist gewisse. Das schmeckt da irgendwie den Geschmack raus. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Leute, das ist natürlich ganz schlecht. Aber es waren die leichtesten 100 Euro, die ich mir gerade verdient habe überhaupt. Aber hey, irgendwas riecht hier fruchtig. Okay, Ash. Ich habe jetzt noch eine weitere Aufgabe für dich. Du kriegst diese 100 Euro hier von mir. Kannst du schon mal nehmen, weil ich glaube, du wirst es sowieso gut machen. Ja. Aber wohne, nimm mal her, falls du es auch nicht verkackst. Falls du es auch verkackst. So, du kriegst, äh, du würdest du Mama gehen und sie einfach für fünf Minuten lang, oder drei, sagen wir drei Minuten lang, so komplett nerven. So richtig. So, dass sie einfach komplett einfach nur das, dass sie die einfach noch rausschmeißen. Mama. Was machst du? Ich räume auf. Nein, nein, nein. Du machst hier kein Chaos jetzt, Ash. Ich bin so unkloppt. Nein. Drei Minuten muss er durchziehen. Er muss drei Minuten lang durchziehen, dann kriegt er die 100 Euro von mir. Die Zeit läuft. Was ist das? Mach weiter. Leo. Nerv weiter. Mach weiter, Ash. Drei Minuten sind wir noch nicht um. Leg los. Oh mein Gott. So, ich hol das Papas Gürtel. Oho. Ey, Ash, drei Minuten laufen, mach weiter. Sonst kriegst du das Geld nicht, Mann. Oh mein Gott. Das war, das war, das war, das war, oh. Alter, Alter. Oh mein Gott, Ash, du wirst, du wirst enterbt. Sagst du. Bruder, du, du bist der. Scheiße, ich war ein Gürtel. Fuck. Kriegst du, völlig? Kriegst du, völlig? Was für Belohnung denn? Du bist dreimal gestorben gerade. Hier nimm. Du wirst Hälfte, Hälfte, okay, dann kannst du neue Blumen kaufen. Oh, wie großzügig. Danke. Sehr großzügig. Die war ganz euer. Die hat eine 4 Euro gekostet. Merkst du, du kriegst diese 50 Euro? 50? Wieso nicht 100? Nee. Wenn du pappernerst. Keine Ahnung, so ein Holz wegwerfen oder so, seine Axt immer wegnehmen. Also für 50 Euro? Mache ich das doch direkt, oder? Stopp! Zollgebühren. Zollgebühren? Reicht das? Reicht das? Nein, reicht nicht. Dankeschön! Seine ist von dir. Halt aufhacken. Oder das hier. Oder, warte. Nein! Nicht von da unten! Oh, ich dachte schon, du ziehst da von unten aus raus. Oh, nee, komm. Tschüss! Weg, weg! Hier kommst du nicht ran. Was ist das? Das ist morgen erst ran. Hier kommst du gar nicht ran. Wenn das zusammenfällt, dann stapelst du das wieder auf. Hey, guck mal da hinten ist ein viel mehr Baum. Ja, das liegt ein Stück Brennholz. Das liegt ja gleich aufm Arsch. Siehst du das? Und du gehst da unten dran! Los, weg! Los, 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 los! Ihr seid wahnsinnig! Das fällt nicht, das hält. Alles raus, alles raus! Ich hab ein Stück rausgenommen. Egal, mach wieder rein. Ich hab sogar zwei rausgenommen. Das Ding ist stabiler als weiß ich nicht was. Egal. Oh nein, ich hab da so lange dran gestapelt, ne? Wie lange denn? Da stapelst du alles wieder auf, dann. Was will ich nicht machen? Dann... Bin ich Alleinerbe? Was ist das denn leider? Nein! Merkst du nicht, dass die ganze Wand wackelt? Ach so. Okay, Max auf, rechts. Okay, bist du bereit für die letzte Aufgabe? Ich glaub zwar nicht, dass du die machen wirst, aber du kriegst die 100 Euro. Wenn du hoch gehst zu Chrissy und dir einen Kuss auf die Wangen gibst. Nein. Für 100 Euro? Nein. Kannst du es wenigstens probieren. Nein. Gar nicht? Nein, gar nicht, Chris. Nein, eigentlich nicht. Sag, probier, probier. Viel Glück! Na? Na? Was hast du denn? Nein. Ich kann das nicht. Nein. Was denn? Nein. Hier nur die 100 Euro wieder. Nein. Was denn? Ja, dann. Die 100 Euro krieg ich wieder. Die hast du dir nicht verdient. Nein. Er sollte dir einen Kuss geben auf die Wange. Für 100 Euro. Wohlbemerkt. Aber nein. 500. 500. Vergiss es. Vergiss es. Ich bin ehrlich gesagt froh darüber und ich hab mir schon fast gedacht, dass er das ganze Ganze nicht schaffen wird. Leute, ich würde sagen, das war's dann schon von diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.